Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 kriegt die dann auch einer hier hin. Aber ich glaube, selbst da ist die Treppe falsch. Gut, wissen wir das auch schon mal, ne? Da müssen wir noch zwei Steine hin und dann muss die Treppe, hier muss noch ein Stein hin. Also nicht der ein Stein, sondern das, was da jetzt gerade kommt, weil da muss noch ein Stein drauf. Und davor muss dann auch einer. Ja, ich glaube, es ist nur ein Steg, den wir da rüber bauen, ne? Ja. Äh. Bevor der da nachher oben drauf Hungen hat, ne? Obwohl, ne, der Hungen hat nicht. Können wir auch wegmachen. Geht das hier mit weg? Weiß ich nicht. Ja, geht da mit weg. So, das Wasser läuft da rüber, aber vertrocknet dann, also es ist doch sehr schwach, das Wasser da hinzubringen. So, das haben wir geschafft. Jetzt ist der Scarfall da, den wir da gar nicht brauchen. Super. Gehen wir nochmal hier hin und da hin und dort hin und setzen definitiv da eine Brücke, äh, eine Treppe hin. So, die hat's da hin geschafft. Wir können aber hier nicht das wegmachen, oder? Ne, das funktioniert irgendwie nicht. So, dann gehen wir wieder hier hin. So. Jetzt bedeutet das, dass wir hier nochmal zurückgehen. Auf die Steinmauer, auf den Stein. und haben wir jetzt, wo? Haben wir jetzt hier einen Stein zu setzen. Würde ich mal so sagen, ne? Ja, könnte sein, dass es so passt. jetzt wäre noch schön, wenn einer irgendwas bastelt, was wir da brauchen. Wie sieht's denn hier mit Happiness aus? 41, okay, nicht so viel. Soldaten haben wir 8. Ah, da kommt ein Stein. Gucken wir mal, wo der hingebaut wird. Ah, der wurde da hingebaut. So, das bedeutet, jetzt können wir auf der Seite definitiv die Treppen ziehen. Und vielleicht mal die mit dem Geländer nehmen sollen, ne? Damit da keiner runterfällt. Aber jetzt ist das ja schon fertig. Naja. So, da muss eine hin. Und da muss eine hin. Wurde sie da so hochkommen, ne? Aber wir haben's gemacht. Und wenn wir da schon sind, dann machen wir da auch noch eine hin. Und da auch noch eine hin. So. Diesen Weg wird niemand gehen, aber wir machen's mal. So, und hier ist nix bis jetzt. Destroy Scarfold machen wir mal. Das ist die Frage. Ah, da hat einer einen Stein geholt. Baut was. Baut aber mehr Stein wohl. Hier sind ja keine Steine, ne? Also, derjenige geht wahrscheinlich hier ist mein Keller und holt da die Steine weg. Na ja. Gut. Gucken wir mal, dass das da fertig wird. Äh, ja. Sieht jetzt noch nicht so doll aus, ne? Wenn dieses dann mal wäre, dann könnte man da auch was tun, aber so wie es aussieht, geht das grad nicht. Wasser ist, ist oben, aber das, was ich mir so vorgestellt hatte, dass wir da sowas wie ein Wasserfall haben und eine Unmenge an Wasser, die sich hier runter ergießt, haben wir da nicht gehabt, ne? Das bedeutet, wenn man hier vielleicht ein zweites hinbauen würde, könnte es vielleicht funktionieren. Müsste man gucken, ne? Das heißt, hier ist zu viel hoch, ne? Da wollen wir das gar nicht. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, wie man das gerade ziehen kann. Ah, da kam grad was. Aha, da ist ne Treppe gekommen. Sehr schön. Ich hätte gern diese gehabt, aber naja. Kann ich alles haben, ne? Oder wie war das? Er baut da noch was. Und da kommt wieder eine Treppe. Aber er sehr langsam, weil er Hunger hat. Und es ist bestimmt nicht diese Treppe, sondern eine andere. Oh, doch. Nee, doch nicht. Er hat sie da eingebaut. So, da geht's schon hoch und da rüber. Interessant, dass diese Steine runtergehen und Treppensteine nicht. Wasser läuft nicht weiter. Also ich würde jetzt mal... Oh, das geht glaube ich nicht, oder? Also Wasser plätschert daneben, ja. Kriegen wir das Bauwerk nochmal umgebaut? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, oder? Könnte das jetzt hier... Destroy Flood Evaluator. Das haben wir gemacht. So, jetzt sinkt das runter. Und wir kriegen das nie wieder dahin. Das haben wir jetzt irgendwie schlecht, glaube ich, gemacht. Aber ist halt so. Da müssen wir mal gucken, dass wir das nochmal neu formieren. Und zwar... Ja, weiß ich auch nicht wie. Schwierig. Wenn ich das hier... Äh, müssen wir mal gucken. Weiß ich auch noch nicht wie. Die Brücke wird nicht fertig, weil wir hier was falsch haben, irgendwie. Müssen wir auch mal schauen. Also, wenn ich den da aufreiße, ne? Dann geht das nicht. Und den... Dann können wir es immer einfach hier probieren. So heißt das, okay. Add or remove Flood. Wenn ich das jetzt wegmache, geht das? Okay. Jetzt habe ich aber was dahin gekriegt, oder? Das wird ja... Ich wollte es doch wegmachen. Hat aber nicht funktioniert mit dem Weg, ist ja hin. Hm, komisch. Die Treppe hier, der kommt natürlich als letztes. Ist klar, ne? Die da fehl am Platze ist. Remove Flood. Ah, ich muss nur das obere. Dann macht er das Wasser da weg. Alles klar. Okay. Gut. Ne, das war jetzt falsch. Okay. Ich kriege das aber nicht weg, komischerweise. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier das so machen. Dann geht's. Dann könnte ich schnell ein Wasserrad hinbauen. Aber es ist schon wieder zugelaufen, wie wir gerade gesehen haben. Also fast nicht möglich, da sowas zu bauen, was ich davor hatte. Schade. So, Treppen alle da, bis auf die, die ich falsch gesetzt habe. Ist klar. Können wir die auch nicht umbauen. Läuft, ne? Ja. Hier drückt das Wasser auf jeden Fall weg. Jetzt hätte ich ja gerne noch dies hier gesehen. Dass wir das noch gerade hinkriegen. Also bedeutet das, dass wir, wenn wir was mit Wasser machen, das irgendwie anders taktisch angehen müssen. Ja. Müssen wir nochmal drüber nachdenken, ne? Also ich würde gerne sehen, dass das Wasser da wirklich durchläuft. Aber hier ist es gerade irgendwie verkehrt gelaufen. könnte jetzt hier Ja, das ist Nee, das ist jetzt gerade nicht das, was ich möchte. Achso, das müsste ich so machen, den da so weg, ne? Ja, mach den mal weg. Sehen wir ein bisschen mehr. Und dann gucken wir mal noch, denken wir nochmal neu dann. So, die Treppe ist leider noch nichts geworden. Kommt auch jetzt keiner mit der Treppe, weiß ich auch nicht, warum die nicht gebaut wird. Kommen die da jetzt nicht hin, oder was? Er macht schon mal da unten weg. So, das bedeutet, dass wir jetzt auch sehen, was wir da tun. Das buddeln wir ein. Und da buddeln wir noch einen aus. Gut, dann setzen wir da zwei Wasserräder rein. Habe ich die jetzt ausgewählt? Ja, ne? Ah, da ist jetzt Dirt. Till Dirt. Und bauen wir da mal hin. Till Dirt. Weiß ich nicht, ob die das können oder nicht können. Aber das ist ja auch nicht Dirt, sondern Mud müsste da ja sein, oder? Na ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, da will ich zwei Wasserräder reinbauen und dann den Kanal umbauen, dass es mit zwei Wasserrädern da hoch geht. Vielleicht kommt dann das da richtig hin, weil jetzt sehen wir, wird es ja langsam trocken. Und schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Die Brücke muss dann auch noch fertig werden. Machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Und falls ihr Gefallen an der Folge gefunden habt, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch. Bis dann. Tschüss.